Ackerplatten Schwenken Sie das Medium zunächst sorgfältig, bevor Sie die Ackerplatten gießen. Halten Sie die Flasche mit dem Medium in der einen Hand und öffnen Sie mit der anderen nach und nach die sterilen Petrischalen. Die Ackerplatten sind mit ca. 30 ml zur Hälfte gefüllt. Werden die Platten übereinander gestapelt, kühlt der Acker langsamer ab, sodass die Bildung von Kondenswasser vermindert wird. Farbmarkierungen werden verwendet, um verschiedene Medien zu unterscheiden. Drehen Sie die Platten nach dem Erstarren des Ackers auf den Kopf, damit wiederum kein Kondenswasser auf dem Acker entsteht. Die Platten können wieder in sterile Tüten abgepackt werden. Der Kondensữa Halfway Die Platten Der Kondenswasser Das ist eine Kondenswasser, der Kondenswasser auf dem Metersteln. Das ist eine Kondenswasser und der Kondenswasser.